Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin McSnake. Ich spiel mit euch Bastion. Wir haben schon zwei Level gespielt. Wir sind im Story-Mode und wir werden einfach da fortsetzen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind in der Bastion angekommen. Was das wohl sein könnte? Nein, niemand. Ja, vielleicht. Habe ich irgendwo einen Geheimgang übersehen? Nein. Na, was ist das da unten? Hast du Geheimgang? Du bist nicht Geheimgang. Ja, dann können wir freundlich weiter noch umgehen. Die, ähm, Blickfindung ist relativ gut und das Spiel vergibt auch mal, wenn man über die Ecke von so einem Loch rüber rennt. Also ich muss hier nicht friemelig versuchen. Oh Gott, wir haben den Erzähler gefunden. Na dann. Mhm. Okay. Äh, da war aber noch mehr. Genau. Okay, da sollen wir zugucken dann. Und wir haben noch die Kristallspange. Ja. Ich versuchte, den Kind langsam zu lassen. Das ist der Bastion, okay. Außer, dass niemand anderes aufgerufen hat. Hm. Also es gibt doch Überlebende. Den Fremden. Aber sonst anscheinend niemanden. Wir haben die Bastion gefunden. Wir haben die Bastion gefunden. Und wir können zoomen. Und wir können zoomen. Ganz hervorragend. Na, fern. Na, fern. Na, fern. Oh mein Gott. Wirklich. So. Hier sind solche Siegel. Ein Fundament. Äh. Was wir bauen sollen. Ganz klar. Aus dem Lager. So. Die Bastion sind ein Platz für Frieden. Aber wir können unseren eigenen, wenn wir müssen. Was haben wir denn hier? Den Spiegelschild. Geheimtechnik, die für eine kurze Zeit automatisch sämtliche Angriffe abblockt. Belangt durch eine spektakuläre Demonstration im Stierkopfgericht Berühmtheit. Ja, das klingt doch gut. Das klingt doch richtig gut. So. Und es hieß, wir können hier oben weitermachen. Und zack. Yay. Das Arbeiterviertel, in dem es einen weiteren Kern für die Bastion gibt. Finde ihn und bring ihn zurück. Du findest vielleicht auch nützliche Vorreite. Das machen wir. Und damit haben wir ein sehr kurzes Let's Play gemacht. Und wie es an der Stelle im Arbeiterviertel weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn, euer Max Nelke. Hey. Na. Bye. Luno. Luno. Yep. rete. Luno. . Untertitelung des ZDF, 2020